Servus meine Leute, ich bin's mal wieder, euer Spongy und ja, nach langer Zeit, haha, melde mich mal wieder mit so einem Video, wo ich euch zwei Spiele vorstelle, die für mich recht interessant sind und da seht ihr schon im Hintergrund, das erste ist No Man's Sky das ist so ein, ja, das ist eigentlich nicht so bekannt, aber das ist eigentlich ein recht geiler Indie-Titel das dürfte auch Indie-Titel werden, denke ich, oder Anomalspiel, weiß ich nicht genau jedenfalls, wie man Rony Piller sieht jetzt, ist man so im Weltraum, man kann auf verschiedenen Planeten landen und so weiter man kann alles entdecken, was man will, das ist eigentlich so ein Open-World, so ein riesiges Open-World-Ding und da ich ja Open-World gerne zock, ist das eigentlich auch nicht gerade schlecht, finde ich jetzt dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten, zum zweiten Spiel, das ist zock, Dying Light das ist so ein, ja, das gibt's jetzt Ende Februar im Handel, das ist so ein Zombie-Game auf Zombies stehe ich ja auch, und gut, jetzt sind wir die ganze Zeit ich würde jetzt in jedem Zombie-Spiel kaufen, wo es auf dem Markt gibt, aber es sind schon spezieller dabei, die so rausstechen und das ist eins davon, und ja, das ist eigentlich echt recht gut gemacht man kann in dem Game, wie so Parkour-mäßig, über Häuser hüpfen, über die Dächer, kann die ja abschlachten, die ja Viecher auch, wo ihr zum Hintergrund seht da oben steht, vielleicht oben rechts, bei der Sonne, da springt da eine, also Parkour-mäßig, like Assassin's Creed ne, und ja, kostet ja dann vermöbeln, und das wären jetzt das Fahrspiel, wo für mich speziell interessant sind in nächster Zeit und vielleicht wird auch was kommen auf dem Kanal, Dying Light auf jeden Fall, No Man's Sky, wenn wir mal gucken, wann das rauskommt und dann werden wir uns einmal genauer damit befassen in diesem Sinne, haut rein, das war's von mir, tschüss! 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 tschüss!